Hallo Leute, herzlich willkommen am Karlsberg am ersten Skitag. Ich habe meinen neuen Helm gekauft. Den habt ihr euch zu Hause vergessen. Der hier ist schön schlicht, schön grau einfach nur. Es ist ein Ufex Helm, es ist ein deutscher Helm, also kostet dementsprechend 99 Geld. Ich habe einen Rabatt gekriegt. Man kennt sich hier, weißt du. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg, das erste Mal nach oben. Es ist immer schön, wenn einer Höhenangst oder Gondelangst hat. Es sieht einfach geil aus. Es ist einfach traumhaft hier ringsrum. Ich zeig euch das gleich. So Leute, das war der erste Skitag. Wir fahren mit der Gondel tatsächlich runter. Weil die Piste, die hier ist, für Anfänger nicht so einfach ist. Sagen Sie mal, wie haben Sie sich gefühlt am ersten Tag? Gut. Wir haben herausgefunden, dass ich doch ein Goofy bin und kein Normalo. Das heißt, wir müssen meine Bindungen jetzt noch ändern. Ich bin eine schwarze Piste runtergefallen, weil ich eigentlich, also ich bin von der blauen Piste abgekommen und die schwarze runtergefallen. Ja, sonst geht es mir ganz gut. Gut. Sonst geht es ganz gut nur hier. Das ist eigentlich eine schöne Aussicht hier. Problem ist halt, hier die Gondelweser sind nicht mehr so geil. Aus dem Fenster halten möchte ich mein Handy jetzt nicht unbedingt. Da unten sind jetzt Wolken unterwegs. Ja, das war unser erster Skitag. Wir haben leider keine GoPro dabei. Aber ey, komm, ehrlich, was soll's. Ja! Ich möchte mich mit Homo Geschwindigkeiten hinzulegen. Oh, Geschwindigkeiten. Wir sind wieder im Schnee. Guck mal. Und es ist wieder warm draußen. Wieder den Helm auf und die Schwitze. Die Schwitze ist einfach nur... Es ist einfach nur warm hier draußen. Aber wir haben wieder einen schönen Skitag. Pass auf, ich zeig's euch. Ich habe mich mit Homo über die Schwitze. Wir haben es geschafft, zwei Skitags zu Ende, ihr seht hier das Handy in der Spiegelung der Brille, wir fahren jetzt noch eine Talabfahrt, also ich fahre jetzt die Talabfahrt noch, auf der Seite ist das Bländchen für die Legendary Action Camp, wie sie in den letzten zwei Urlaubs schon im Einsatz war, mal gucken, dass ich den hier hochkriege, ist ganz lustig hier, wie gesagt, ich bringe ihn doch jetzt zur Gondel und dann sehen wir uns bei der Talabfahrt nochmal, haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo Leute, es schneit, dritter Skitag und letzter Skitag sogar schon für uns, kurz Urlaub. Also, es schneit, es ist einfach mal nebelig draußen, sodass hier meine Wolken sind, bis zum nächsten Mal. Fenster auf? Ja, es schneit. Es schneit wird auch. Hier wieder zu. Ja. Das ganze Ding hier, das ganze Video ist ein Zusammenschnitt aus dem ganzen Urlaub, was wir hier so ein bisschen gemacht haben, erlebt haben. Gut, das habt ihr jetzt eigentlich kaum gesehen, aber hey, lasst uns heute noch einen schönen Tag haben. Los geht's. Da hinten kommt sie. Da hinten kommt sie. Es schneit. Sieht nichts hier. Und für ein Snowboarder ist es halt mit dem Schnee schön. Ja. Nur kommst du halt beim Schussfahren nicht an. Ich hab's grad so geschafft durch ihre Hilfe. Sie hat abgeschnallt und kommt jetzt da oben. Und dann ist das so. Na, ist das so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017